Rechts von der Kumstonne geht die Himmelsleiter runter. Das sind 244 Stufen und die fahre ich heute mit dem Hardtail. Das sind aber idyllische Treppen. Irgendwo gehen sie runter. Da sind die idyllischen Treppen. Ich hab noch nicht meinen Satel unten. Vergesst das immer. Und weiter geht's. Es gibt ja noch mehr Treppen. Hier bin ich schon mal gefahren. Auch dieses Jahr muss ich mal wieder ran. Verschluck ich doch glatten Flieger. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kurz mal am Hexenhaus eine kleine Rast einlegen und dann geht es auch schon weiter Untertitelung des ZDF, 2020 Die Treppen hier sind jetzt noch in Ordnung, aber die nächsten sind jetzt nicht mehr so schön, die geht auch noch, aber danach die Treppen sind dann hier nicht mehr so berauschend. Kurz noch durch eine kleine Gasse hier, so und das sind jetzt die Kopfschmerztreppen. Los, weiter! Noch kurz ums Eck und runter. Noch ein kleines Stück mit Treppen, wobei man hier auch nebenher fahren kann. So, das war's. So, das war's. Kurze Treppenkirchen. Vielen Dank für's Zuschauen. So, das war's. 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 Vielen Dank.